Wo ist denn das Polizei? Und wo ist der andere Ghoul hin? Da war doch Gronah, ne? Da sind noch zwei. Ach, da lieg ich nicht. Oh Mann, was ist denn mit meiner Radioaktivität? Das ist ja... Okay... Donne über! Laufen denn die hin? Da kann man nicht durchlaufen oder was? Na, reicht schon. Macht Spaß. Na, ich hol jetzt mal meine Pistole da raus. Waffe in die Maria. Wo ist sie denn? Halt, Maria da. Na, reicht schon. Hey! Macht Spaß? Na los! Huh! Ja, da kommen wir ja nimmer an. Ne, so weitermachen. Jetzt steht der Trottel sich davor. Na, jetzt hab ich das abgeschlossen, weil er tot ist. Okay. Guck ich aber trotzdem rein. Wer weiß, was es da zu looen gibt. Na gut. Na gut. Na gut. Da ist sowas dabei. Na ja. Man kann nicht alles wissen. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ich muss nicht jetzt erst einmal heilen. Was macht denn eigentlich das super Steampag? Ist das bloß für die Zeit? Ah, okay. R&K Kommunikation. Aha. Ah, ich muss wieder hacken. Kann ich doch nicht. Realize. Welty. Sparing. Raus. Wieder rein. Setting. Okay, was kann ich da jetzt tun? Nichts. Nichts. Ey, du bist, du bist küpft unfair. Oder was? Ne. Okay. Was jetzt hier Interessantes... Nischt. Absolut nischt. Bist du zu? Dampfanzeige. Wilder Soldaten-Ghul. Nix. Ah nix. Da vielleicht auch drin. Nein. Geht nicht weiter. Okay. Wupp. Leer. Da ist doch ein Bett. Darf ich da mal? Wenn ich der Strahlung ausgesetzt bin. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch die da. Red X. Was ist denn Red X? Das war doch auch nur irgendwie so. Nein. Ja und jetzt. Das wars oder wie? Das war alles. Deswegen bin ich hier. Da gab es nicht mehr. Und diese ganzen Dinge da funktionieren nicht. gut. Das ist ja mal öde. Das ist ja mal total öde. Schreibtisch ist nix drin. Da hinten war nix drin. Ja dann raus. Dann halt nicht. Das war alles. Das gebäude schaut viel größer aus. Naja. Hey. Was ist denn das? Kann ich da wieder irgendeine Torrent. 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 Anschalten. Ich hab jetzt einfach einmal dreimal getestet. Dann geh mal wieder raus. Machen wir nicht lang. Ah. Tschüss du und es geht ja auch. Ist da noch irgendein Gebäude? Uh. Schau mal. Was heisst eine Gefahr? Okay. Das kann ich jetzt anschalten. Und da schau her. Okay. Das hätten wir. Äh. Da hinten noch. So. Art Schulhaus oder sowas. Schau mal rein. Öh. Ich bin ein Trunschule. Woher. Ja. Ja. Ich bin ein Trunschule. Ich bin ein Trunschule. Eine Trunschule. Ich bin ein Trunschule. Ja! Okay. Oh. Teddybären. die nuss das süß nach camp search light geht es wahrscheinlich bei beiden ok dann wo ist hier noch was alles gewesen sein das war das ziemlich da war ich doch noch gar nicht drin oder Feuerwehr wow wow nein raus jetzt wie sollen wir das schaffen bitte aber nein das ist ja schon mal stärkste waffe oder habe ich noch irgendwas was ich könnte einmal probieren mit so zack erst mal das machen wir die strahlung ein wenig runter stim pack hoch super stim pack turbo schuss warten ranger seit dann fordere ich mal an psycho körperteil wieder herstellen was kritische treffer plus 5 melde kampfbereitschaft ja da machen wir das ist ja klasse dass ihr da wirklich drinnen dabei seid ja na ich will na ich will okay okay was ist das das ist ja klasse ein aber arme regionieren legionäre legionsbefehle Eieiei, was ist denn mit meiner Strahlenbelastung? Wow, was ist denn mit der Radioaktivität hier? Ist ja enorm! Ja, ja, Effekte. Schon wieder? Hm, was für ein Glück kann man haben. Bitte jetzt, tu das mal ein wenig da. Schau das aus, wenn ich wieder mal total... Kindly! Naja, das hätte ja sein können. Woher machen sie sowas? Na, endlich! Was? Das war's jetzt, deswegen habe ich das Ding gehackt. So. Okay, da muss ich mich jetzt aber ganz schön beeilen hier, weil die Radioaktivität ist ja nicht ohne, ne? Okay. 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 Ach, jetzt habe ich ein Klemmbrett mitgenommen, jetzt doch. Okay. 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 Also, hier wäre ein freies Radikal, was? Was ist denn das heißen? Okay. 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 Ich habe euch doch... Ja, und das war's jetzt hier auch schon wieder, oder was? Das ist doch nett, denn naja, ernst. Naja, dann nichts wieder raus hier, das ist... Aber... Und du auch mal. Okay, dann suchen wir mal einen Dock, würde ich sagen. Wo war denn einer? Der war doch gleich in... Oder in so einem Dock, genau. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, das ist ja kein Problem. Medizinische Behandlung. Äh, machst du jetzt aber hoffentlich nicht nur meine HP, oder? Ich brauche... Mit ihnen hätte ich nicht gerechnet. Oder habe ich jetzt Strahlenbelastung noch? Ich habe die noch. Oh Mann. Muss ich jetzt hier... Wieso... Das muss ich da irgendwie bei dir machen können. Ich habe eine Menge zu tun. Ich habe nicht mehr viele Vor... Ach, da. Klar doch. Ja, die 100 Kronkorn, die sind es mir jetzt mal wert. So. Okay. Dann sage ich erst einmal wieder... Bye, bye. Und bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.